So, das heutige Tagesorakel für den 12. November, da schauen wir uns das Krafttier-Orakel an. Welches Krafttier gibt es für den 12. November, bitte? Aha, da ist sie schon. Wir haben heute den Leopard. Hier haben wir Würde, Respekt, Integrität, Gelassenheit, in sich ruhen und die Stille genießen. Ja, heute darfst du vielleicht den einen oder anderen Moment der Stille genießen, der Aufmerksamkeit, ja wirklich 100% im Jetzt sein. Und auch dieses Gefühl von Schnelligkeit ist da mit dabei, weil ja doch der Leopard eines der schnellsten, wenn nicht das schnellste Landtier ist. Und vielleicht hast du heute einfach die Nase vorn, weil du eben schneller bist als die anderen. Ja, außerdem Würde und Integrität, das sind zwei Eigenschaften von dir, die du mitbringst, die dir auch den Respekt einbringen, den du dir wünschst. Ja, sehr, sehr schöne Karte, wunderbare Energie für heute. Ich wünsche euch ein schönes Tag. Tschüss. 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 Tschüss.